Da braucht es nur 3 für... Aber eigentlich das geilste der Ultimate... Also mach ich jetzt mal den Ultimate... Und wandel jetzt erstmal... Dann machen wir mal so alles ab... ...Materialsynthese... Na, kommt doch schon mal ein paar zusammen... Oh, und dann kann ich da noch ein paar machen... Na... Das reicht ein bisschen... Ja, hau den Ultimate holen... Weil der Ultimate ist das geilste an dem ganzen Ding... Ha... Der kostet auch ordentlich... 425%... Und dann haben wir noch die ungezückte Klinge... Er erhöht Seelis Geschwindigkeit für 2 Runden... Und 165%... Dann nur 80... Der braucht 3... Der braucht 3... Der braucht 3... Und ich hatte 20... Mal 60... Also diese... Den Treibstoff... 20 mal... 60... Dann hatte ich ja noch... 200... Am Anfang... Und... 20 mal 60... 1200... Und die 200 vom Anfang sind 1400... Dann habe ich noch 3 mal eingekauft... 60... 86... Wow... 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 So... Und jetzt können wir uns... Mit dem Team hier... In den Simulator stürzen... Simulator... Where are you? Simulator... Das war ja hier über der Reise noch... Ich nehme mich jeden Tag was... Ähm... Hm, hm. Hm, hm. Hm, hm. Hm? Oder... Hm. Oder sie, sie macht dann noch so ein bisschen... Sie macht aber nicht viel Schaden. Gehen wir erstmal auf Schaden, oder? Und zum Schluss tauschen wir das durch... ... ihn aus. Alle können sich ein klein bisschen selbst teilen, wenn wir unter 50% sind. Beginnen wir mit der Erkundung. Mein Klassiker. Eine neue Scheibe. Rans Maisgestall flattert und glänzt mit einem sanften Schimmer. Psst, Doktor, sagt Hertha nicht, was wir hier vorhaben. Wie können wir helfen? Ich werde dies geheim halten. Eine Belohnung. Du wirst hier immer auf meine Scheibe treffen. Ich danke dir für deinen Beitrag, meine Scheibe zu pflegen. Hä? Das ist aber ein Geschenk, ein Geschenk für unsere Zukunft. Ist das Übersetzungsfehler, oder was? Hast du eine Scheibe? Alle Regionen sind Regionen-Ereignis. Außer Boss. In dieser Ebene wirst du auf die brandneue Scheibe von Rohan Mai treffen. Ich bin schon auf dem. Es gibt immer einen Harten. Ich finde nichts Negatives. Ich habe mal was gekriegt. Chaos-Drameten. Hm, ja. Die taugen irgendwie nicht viel. Ich bin kein Geld mehr. Da ist doch was am Bruch. Ach, war jetzt nicht so der Heft. Nicht so der Heft. Oh, das ist fast. Das ist alles Neues. Du bist hier. Ihnen, Rohan Mai's Stimme, ist kein einziger Hauch von Emotionen zu erkennen. Sie scheint von deiner Ankunft nicht überrascht zu sein. Dies ist unser geheimer Raum. Bitte sag, er hat nichts davon. Er wird sich nach einer gewissen Zeit selbst zerstören. Die kultivierten Daten haben sich erweitert, ziemlich mysteriös. Es ist nicht schwer, damit umzugehen, aber ich weiß nicht, wie lange dieses Geheimnis verborgen bleiben kann. Sie lag den Kopf und lächelt sanft. Danke, dass du gekommen bist. Du hast mir wieder einige gültige Daten gebracht. Jetzt möchte ich dich belohnen für unsere Zukunft. Aber du weißt doch, dass meine Hilfe nichts umsonst ist, oder? Erhalte alle Segen von dem Überfluss. Da habe ich noch gar keine. Also. Oder ich kriege alle Segen von dem Überfluss. Ich kriege alle Segen vom Überfluss. Das ist natürlich geil. Ich bin schnell durchgegangen. Und noch ein Ereignis. Ah, noch mal eine Spörung. Also. Oh. so noch ein ereignis hinterher steht nicht manchmal vielleicht hoffe ich weiß ja nicht die traune höhle hatte ich in ihrer ewigkeit gefangen allerdings nur eins aber ich krieg die fahrt resonanz die entropische vergeltung dazu ich lobe den ritter der ritter sei gelobt ich bin gehn mir noch ein keks dann bin ich schon beim boss oder was sprich mit greifen um singen zu kaufen sprich mit herrte um singen zu verstärken also da sollte ich weil das gespeichert wird den downloaden aber ich finde es mal ohne versuchen wenn ich übernehme ich ja und 300 200 100 und was gibt es bei dir? da kann man dann verstärken 560. lieber 9 anstatt verstärken oder? würde ich sagen. ich meine jetzt sind wir sowieso schon beim Boss. das Schild haben wir nicht viel. aufteilen ist gut. das ist gut. ja ich koch doch mal eine zerstörung. vielleicht komm ich... aaaah siehste? naja wenn er ihn verbindet nach dem eliten einmal weniger als 35 wird automatisch phasen-personen ausgeführt. so dann bin ich hier fertig. 42 bleiben über. und jetzt mit dem team da rein. die sind nicht gut. witz. ja und so irgendwie vitor aber da macht er so auch immer schön schaden. woher hin? woher hin? woher hin? ooooh die wird sagen. woher hin? auch woher hin? sie hat ja noch nicht so viel. achso das ist ja noch das normale. Ah, das ist ja noch das Normale. Erst danach kommt das wieder. Da hätte ich jetzt. Da hätte ich jetzt doch. Ja, das ist ja noch das. Ja, das ist ja noch das. Das ist ja noch das. Der Worms-Cleansing-Dragon. Dissempfeier among a sea of butterflies. Illusions of the past. Dremble before my power. A world devoured by ice. Then, stop. Now or never. This will be your battleground. Witness the avalanche. But this is good is still not possible this. On the back of my call shown in the background just like 4g. Oh no, the beat is pounding! I don't want to foul! Know what happened! Type that was crazy. Oh Mensch, ich freu hier nicht so rum. Irgendwie haben die sich durch ein Segen jetzt selbst geheilt. Die letzte Phase. Sieht sich doch noch gut aus. Ich hab keinen Überblick welche Segen ich jetzt alle habe. Wer will sich das alles durchlesen, verstehen und dann... Wenn ich nichts machen, wenn man alle kriegt, kriegt man alle. Ja. Das ist eigentlich egal. Ja. Ist doch egal. Es kommt doch jetzt noch die andere... Was macht der Boost? Getratis. Komm, machen wir den. Wenn eine Figur fügt, sie dem Angreifer Bebenschaden hat sie noch bezahlen. Nehmen wir das. Achso, der Schildmenge, das war ja nicht so viel. Ja, und dann nehmen wir das blaue. Ich kann ja das nochmal alles durchzulesen. Die gewöhnliche Ebene wurde abgeschlossen. 5000 Punkte. So. Und jetzt kommt ja die Ebene... Das wurde auch gespeichert. Und wo es um Punkte geht und schnell Schaden machen. Und da habe ich eigentlich ein... Gutes Team. Eventuell könnte ich noch die ähm... Serbel dazu tun. Die macht auch nochmal ein bisschen Schaden. Oh, ich lass mal doch holen. Der macht so ein bisschen Verteidigung. Ja, Hertha dann mal auf. So. Aber nochmal. Das ne, das Gegner, das Gegner. Da war das Gegner. Ähm, ja, das lass ich so. Achso. Ich dachte, man würde jetzt sehen. Welche sechs Runden nehmen. Oh, komm! Nur! Was soll rauben? Das kann auf den Weg, der Neue ist infectious. Okay. Der Neue ist guter. Hier steht der Silvermane guard. Inevitable. Hier ist es Under. Und da. Wer ist das? Wer ist das? Was nicht so auf wie die käntes aber ist sie zugewinnen würde ich sagen, besser als der ying yang. Schön veraufgestellt, für die Bombe. Der Reduktion, Retribution, Rise for a cleansing dragon. Disappear among a sea of butterflies, illusions of the past. Was nicht so gut, was nicht so gut ist, was nicht so gut ist, was nicht so gut ist. gleich wer ja auch die klarer eine gute ersatz für die drei bleiben es ist besser natürlich da mehr hochstehen zu haben weil ich brauche immer alle an zum beispiel mit dem dan fang und dan fang und wenn da fünf stehen dann kriegen alle fünf schaden ab bis das auf aber das war es nämlich schon 30.000 mache ich schon das ist mit den sounds eigentlich wollte ich noch mal aus austauschen kann ich das jetzt nicht oder was wühlschirm und das ist das ist nicht nicht jetzt das 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 hier das die animations fehlen auch das ganze schwergekämpfer fehlt aber ich habe eh keinen mannertruppe die ich noch dazu nehmen könnte ich hab ja höchstens noch die lünns die heilerin aber die macht ja auch keinen schaden die einzelnen so ein bisschen die dauern bis sie kaputt gehen kriegt halt nur einer schauen das bringt nicht so viel und und der juli machen verteilten schaden auf eine feuer um eine drehbläserin was man da jetzt nicht auswägen können man kann es ein paar mal probieren und dann hoffen dass man 30 hat das ist nicht aber hier das ist die 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 Wie war das mit dem gespeichert? Ich verlasse. Ich krieg da überhaupt Punkte dafür. Ich krieg Punkte dafür. Kann man ja hier so ein bisschen was abholen. Ich kann damit die Seele nochmal wieder ein bisschen ausbauen. Vielleicht, eventuell. Mal schauen. Hier, einer geht. Viel bringt das jetzt natürlich nicht. Hier gibt es nur 15 Tage. Ich glaub die Schwarmkatastrophe bleibt ewig. Keine Ahnung. Letzte Speicherdatei. Das ist diese fünf Leute. Die Slash Neuerkundung. Das löscht die letzte Speicherdatei und beginnt hier rauszufangen auf einer gewöhnlichen Ebeneut. Ja ne. Also machen wir mal fortsetzen. Ah ja. Jetzt hätte man noch die Chance das Team zu formieren. Aber man hat halt nur die, die man zu Anfang der Simulation ausgewählt hat. Und der hat dann Lynx. Die Lynx. Die Lynx. Ich hab keinen Schaden gemacht. Bleibt das so. Ich hätte schon gern irgendwie 30. Tico Colia. Und wie geht's weiter. Ist halt doof, dass die Einzel ist. Aber ich hab hier schon mal die Seele dabei. Die macht ja gute Einzelschaden. Ich probier das jetzt noch. Nochmal. Sonst lauf ich da noch mal rein. Wenn die Seele besser ausgerüstet ist. Obwohl da nicht mehr viel zu holen ist. Du brauchst schon Eidolon 6 und Bindungsstufe 5 und den Fumba und überhaupt und so. Schau mal bei 22.000 komm ich da raus. Und die Kentis war mal 80. 90. Vielleicht hab ich keinen kritischen Schaden. Und ich bin hier im Sumulator. Ich hab hier noch mal ein bisschen höher durch. Die ganzen Sägen. Ich hab hier noch gehockt. Ich hab hier noch geguckt ob das Tick ist. Ich hab hier noch geguckt ob das Tick ist. Oh der hat sich verloren. Das ist auch weil da mehrere standen. Eigentlich kriegen wir was ab. Und sie steht jetzt da und kriegt zwar on und was ab. Aber als Einzelperson. Und sie hat gute Verteidigung. Das gibt nicht so viel Punkte. Das war Crit und 2800. Ne auch nicht so weit. Ja da brauchst du ja wie so eine Spinne. Acht Augen mindestens. Und wenn du in den Gesamtschaden die Prüfungspunkte in deinem Bild mit auf der Crit liest. Und überhaupt. Und das geht mir dann auch so schnell wieder weg. Ich kann nur an eine Ecke gucken. Das war der Nachfolgeschaden. Ey du musst uns den Steal auch noch besiegen damit du die 30.000 voll hast. Ich glaub Rotgegel da frisst und dann die 30.000. Oder 10.000 voll wieder. und dann ... Jetzt gibts sich doch Mühe die geben doch alles. Wie könnt ihr denn gleichhergehagen Echt campuses denn? es ist noch falsch voll komplett fertig machen und ich bin wieder mit Runde das ist viel besser kunstlich laufen ja ich seh da die 30.000 nicht vielleicht wenn ich nochmal mit der optimalen Seele zurückkommen da ist ja noch ein ganz klein bisschen drin bei der Seele zu machen aber ich glaube auch da nicht dann haben wir hier nochmal ein bisschen da da drei Stufen, da eine Stufe, da zwei Stufen ich hatte fünf ja es geht auch ziemlich auf die die Christbaumkugeln so ist das so ist das und als kleinen ich bin kein innerer fürs nächste mal vielleicht habe ich auch schon wieder zehn zusammen ich bin ich bin siebzehn ich bin siebzehn ich bin siebzehn siebzehn ich bin siebzehn ich bin hier nochmal ich bin ich bin heute samstag ich bin heute auch morgen muss ich dann noch zwei mal echo des todes oder am montag geht auch der regionale regionale reguläre simulator wieder los so genug für heute wir sehen uns dann morgen wieder macht's gut leute tschüss eben hier die ich